ich habe ein schalldämpfer okay du was du nicht lassen kannst ich pushe in der zeit lieber er hat mich gesehen nicht gesehen sein mate ist im wald er ist ausgenockt seine schöne hits ich hab ja nicht so gut getroffen ja nicht dann nicht aber zeit also spart ihr die smokes und alles sondern es tut mir leid ich wollte dich smocken da ist revive mate 5 von 7 ja weil du weißt ich meine dass du kannst dir immer überlegen wie du deine sieg chancen beurteilst und wie du sie erhöhen oder verringern kannst wenn du der meinung bist indem du mich umbringst er höchst du sie dann bitte tut mir leid ja ja ab heute ist eine sehr gute position hinter dir war nur eine wirklich